BYE BYE! Nein, ich gehe nicht in die Ferien. Es ist das letzte Video dieser Serie. Uhhh, so ist der Koffer schwer. Da sammelt sich ja viel Wissen in diesen 20 Jahren. Ich teile mein Wissen mit dir in drei Workshop-Modulen und zeige dir, wie du dein Leben gesund, vital und glücklich geniessen kannst. Ich gebe dir hierzu die Werkzeuge an die Hand. Im Modul 1 zeige ich dir, wie der Muskeltest funktioniert und wieso. Hallo? Uhhh, das surrt aber in meinem Kopf. Mhhh, fein, der Apfel. Ist der wirklich noch so gesund? Oh, dass Brot dumm macht, habe ich aber auch nicht gewusst. In der Hausapothek besprechen wir andere Heilmittel für jedes BW. Im Modul 2 zeige ich dir, wie man konzentriert und integriert bleiben. Uhhh, die Phobie. Ängst. Ah, die kann man wegklopfen. Farbe sind Ziel von der Natur und dem Kosmos und helfen auch uns. Gelb für Konzentration und blau zum Beruhigen. Im Modul 3 zeige ich dir, wie man die Balance halten kann im Leben. Du musst dich bewegen, um etwas zu bewegen. Wie beeinflussen denn unsere Gedanken und Gefühle, unsere Gesundheit? Es ist meine Motivation, dir Möglichkeiten zu zeigen, wie du den Schöpfer für deine eigene Gesundheit kannst sein. Melde dich heute noch an. Mehr Details zu diesen Workshops findest du auf meiner Webseite. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020